Wir sind auf der Zielgeraden in Hardcore Rabbids. Willkommen zurück. So, in der letzten Welt, oder hoffentlich letzten Welt, die letzte Brücke, geht's los mit Level 1. Bitteschön, ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Das könnt ihr gar nicht glauben. So, okay. Ganz ruhig. Ah, das Timing ist nicht schlecht. Okay. Erste Möhre haben wir schon mal. So, dann geht's da oben weiter. So, gehen wir baden. So, und dann geht's hier weiter. Okay, da haben wir die große Möhre. So, haben wir die. Okay. Der eine Block schien mir jetzt irgendwie komischerweise als unnötig, aber, ja, egal. So, ähm. Ja. Sehr gut. Auch springen noch nicht so hässlich. Das gibt's doch gar nicht. Diese Scheiß-Steuerung. Ich hab's schon oft gesagt. Die sackt manchmal richtig übel. Das ist eine knappe Sache hier. Und ich probier das mit allerhöchster Konzentration, wie man merkt, zu schaffen. Oh, Mann. Ah, verdammt. So. Ah, ab, 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 ab. Das war knapp. Aber egal. Ich kann's halt, ne? Das ist mir ja auch zu knapp. Moment. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ai, 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 ai. Okay, ich muss, glaub ich, einen von denen killen. Sonst schaff ich das ja nie. So. So. Oh. Wie hab ich denn den getötet? Nicht schlecht. So, hier geht's weiter. Ähm. Der Sprung ist schon nett ohne. Muss man schon sagen. Ganz klar. Okay. Ähm. Weiter geht's. Hier kann ich drauf stehen. Dich töd ich mal lieber. Hier ganz vorsichtig. Boah. Und dann damit haben wir's. Da oben geht's, glaub ich, nicht weiter. Nein, da geht's nicht weiter. Okay, gut. Dann haben wir's geschafft. Erstes Level relativ souverän gemeistert. Ich stell grad noch mal meinen, ähm... Ihr wisst schon, an. So. Okay, gut. Dann... Das kenn ich auch irgendwo her, das Level. Okay, sieht aber ein bisschen anders aus. So. Erst du und dann du. Ganz ruhig. Ich hab Zeit. Und... Ihr hoffentlich auch. Haha. Ja. Da oben seh ich was. Da oben ist was. Moment. Komm ich da hoch? Ich glaube, man kommt da von oben. Okay. Wenn man von oben kommt, dann ist alles gut. Dann frag ich mich gar nichts mehr. Wenn man von unten kommt, denk ich mir, what the fuck. Aber da muss man auf jeden Fall von oben kommen. Weil das geht nicht von unten. So. Ich bin erst mal hoch. So. Ja, genau. Ja. Genau. Springt der wieder so scheiße, ey. Also da hätten sie wirklich mal... Das hätten sie wirklich mal überdenken können. Weil bei Mario hab ich sowieso noch nie erlebt. Da kann sowas nicht passieren. Boah. Knapp. Knapp, knapp, knapp. So. Die Möhre. Haben wir ja schon drei eigentlich. Ne, vier. Wir haben schon alle. Ey, nee. Verflixt. Also das einzige Schwere hier an dem Level ist der Sprung eigentlich. Sonst ist da alles voll in Ordnung. Wenn man halt nur nicht zu risikoreich handelt. Aber ich handle eigentlich relativ oft risikoreich. Bei, bei, bei Spielen. Zumindest. Wie man sieht. Okay. Also vorher hab ich das irgendwie besser lösen können. Äh. Wenn man in der Luft wieder quasi zur Seite drückt, dann stimmt da manchmal irgendwas nicht. Boah, geil. Ich hab beide gleichzeitig getötet. Ich weiß zwar nicht wie, aber joa, ich hab's geschafft. Juhu. Also das beste Weihnachtsgeschenk für mich ist auf jeden Fall, wenn dieses Spiel vorbei ist. Äh. So. Jetzt bitte einen beherzten Sprung. Ja. Sehr gut. Mir ist schon viel besser gefallen. So, dann ist das Level hier, glaube ich, auch beendet. Ja, tatsächlich ist es beendet. Okay, gut. Erwecke ich dich mal aus deinem Schlaf. Und es gibt für die Riesenmöhren auch immer mehr, äh, Sterne. Dieses Mal gab es sieben. Bin nicht schlecht. Okay. Warte. Da geht's, da geht's runter. Da würde ich gerne runter. Danke. Nee, oder? Perflixt. Ja, muss man es halt nur noch schaffen. So, jetzt hat's geklappt. Ich bin ganz ruhig. Wow. Nicht übel. Nicht übel. Ha, ich hab's geschafft. Nice. Das ging aber schnell jetzt. Komm, mehr Level, mehr Level, mehr Level. Was hab ich denn da grad gemacht? Ich hab den mittleren, den hier, hab ich gar nicht gesehen. So, das kann ja nur mir passieren. Okay, gut. Eine Möhre haben wir hier schon mal. Ach, das ist die Extremfassung von dem. Ich weiß, was das für ein Level sein soll. Da hatten wir schon, hatten wir schon beim ersten Mal richtig fett Probleme. Ähm. Chillt doch mal hier. Ja. Ähm. Gut, da hab ich was parat. Und zwar, äh. Ne, wir machen das jetzt einfach so. Ich kaufe mir ne Hasenseele. Kaufen. Kaufen nochmal drei und rüsten die aus. So, und jetzt darf ich nur nicht an die, an die Taste kommen zum Auslösen. Und wir schaffen erstmal das hier. Damit ich das, äh, nicht immer nochmal machen muss. Weil das nervt einfach nur noch. Es ist nicht schwer, aber es nervt. Oder beziehungsweise, wenn ich, wenn ich irgendwo hier in Sicherheit bin. Eieiei, ich hätte es beinahe geschafft. Und dann muss ich halt da wieder hoch und dann kann ich, dann hab ich's. Dann kann ich, äh, safen. Aber solche billigen Felsen sind natürlich nicht zu entschuldigen, das ist klar. Okay, ähm. Okay, das war jetzt sehr schlau. Sehr schlau. Und Schlauheit nicht zu übertrumpfen, Cutter. Ähm. Schwupp. Schwupp. Hier bitte. Der Rest ist jetzt eigentlich ein Kinderspiel. So, hier bin ich sicher. Ja, halt geil, wenn der Gegner da sterben würde. Ich muss den Gegner mal töten. Wo? Ja, nee, 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 das muss anders gehen. Eieiei. Nee, nee, nee. Moment, Moment, Moment. Ich muss erst mal wieder sortieren hier. So, jetzt ganz ruhig. Jetzt. Ah. Hat geklappt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay. Echtes Level. Ähm, 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 ähm. So. Schwupp. 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 Och, dieser scheiß Rabbit. Der springt manchmal einfach nicht. Ich hasse sowas. So, jetzt springen. Oh, mein Gott. So. Geht doch mal ein bisschen schneller weg. Das gibt's noch nicht. So, jetzt geht's. Alles klar. Ja. Ba, 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 so. Okay. Gut. Da ist die nächste Möhre. Du kommst mal schnell um. Oh. Ja, das wusste ich ja nicht, dass da unten so nochmal so scheiß Pech ist. Wo soll ich das denn wissen? Dass die so böse sind. Böse. So. Stell. Boah. Ey, das gibt's nicht. Ich bin da einfach wieder runterrutscht. So ein Mist. Also manchmal ist das Spiel echt einfach. Manchmal ist es auch irgendwie asozial. So, wie jetzt. Einen kurzen Augenblick nicht hingeguckt und sofort. Nur weil ich mal kurz auf mein Mikro geguckt hab. Mann. Tut mir ja leid. Ich mach's nie wieder. So, so. Möhre. Stirb. So geht das. Okay, das sind die letzten Möhren und das sieht aber recht gefährlich aus. Deswegen mach ich das besser so. Ähm. Hallo. Nö, 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 nö. Das akzeptiere ich nicht. Ähm. Man muss, glaube ich, erst so da runter. Man muss halt gut anstellen. Ja, so muss man's machen. Okay. Okay. Hätten wir auch das geschafft. Das geht ja richtig ab, das Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Und das Level kennen wir auch schon. Das ist nicht komisch, dass die verschiedenen Gegnern, dass die Gegner, ähm, verschiedene, ähm, Zeichen quasi so bekommen. Also, wenn man die kaputt schlägt, dass sie so verschiedene Zeichen, äh, fabrizieren. Ist euch das schon aufgefallen? Äh. Ich hab mich schon gefragt, was da ist, da oben. Typisch Entwickler. So. Komm. Mach auf. So. Ich denke immer, da geht's hoch. Aber da geht's nicht hoch. Nein. Ich bin da reingerutscht. Muss ja auch hier wieder mit Checkpoints arbeiten. Ich würde hoffen, dass nicht. Aber ist ja egal. Ich meine, wir haben ja genug Möhren. Und man braucht die ja auch für nichts anderes. Deswegen würde ich mal sagen, ist egal. Es kommt wieder so eine Scheißstelle, aber ich hab's geschafft. Das ist ja fast First Try, was ich da mache. Okay, hier ist ein Bett. Ich würde gerne schlafen, aber das darf ich wahrscheinlich nicht. So habe ich mir das vorgestellt. Hier bin ich sicher. Das da unten sieht auch asozial aus, aber oieieieiei. Der Gegner, der hat ziemlich viele Proteine gegessen. so. Na gut, das bringt nichts. Deswegen muss ich auf die andere Seite gehen, glaube ich. Oder so. Bam, 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 bam. So, ja, da muss ich hin. Zu langsam. Das muss natürlich schneller gehen. Das ist da drauf. Das ist da drauf. So muss das sein. Halt. Stopp. Moment. Okay. So, jetzt fehlt mir noch eine. Ja, ja. Was hast du dir so gedacht? Ist das bestimmt da hinten oder so. Ja, da hinten. Ja, ja. Das habt ihr euch so gedacht. Gell? Das habt ihr euch so gedacht. Gut. Vielleicht kriegen wir noch zwei Level hin oder so. Das wäre nice. Och, ja, meine lieben Freunde wieder mal. Wie billig ist das denn? Also, bitte. Ist ja die hier schwieriger. Ha! Tja, Reaktion, mein Lieber. Tja, ja, ja. Scheiße. Oh, Mann. Au. Ah, aber die, die Gegner, die machen komischerweise auch so, äh, Schmetterlinge, wenn man die kaputt macht. Wie muss ich denn da vorgehen? Einfach nur einen langen Sprung machen. Oder eine, eine Möhre ist, ist noch übrig. Findet sich hier. Und ist einfach, wie noch was wollte ich gerade sagen. Nein, aber ist doch, anscheinend doch nicht. Okay, ähm. Ist auch so diese, ich glaube die haben die großen Möhre da platziert, weil man die ziemlich leicht vergessen kann. Du wirst sterben. Okay, der trifft mich da nicht. What the fuck? Ey, wieso habe ich den ja jetzt getötet? Oh, habe ich den ja nicht getötet, Mann. Ich bin doch perfekt auf dem sein komisches, ich bin doch direkt auf diesen Penis draufgesprungen. Meine Fresse. Entschuldigung. Ist doch so, oder? Weil der irgendwie so Kacke im Vordergrund ist, sieht man das manchmal nicht. So, stirb. Kann nicht sein, dass hier der Kung-Fu-Meister... Kann nicht sein, dass hier der Kung-Fu-Meister zum Narren gehalten wird. Siehst du, ich habe den sogar töten können und den vorher nicht... Was für eine Verarsche. Okay, keep cool. Alles gut, das Spiel ist bald vorbei. So, jetzt bist du aber tot. Hä, was? Das gibt's nicht. Irgendwas stimmt mit den Gegnern da nicht, glaube ich, die letzten. Die sind irgendwie... Ein bisschen, äh... Fotosynthetiert. Ist gerade kein besseres Wort angefallen. Komm jetzt. Och nee, jetzt springt der wieder so hässlich. Ich drück nach rechts und der macht nichts. Och nee, oder... Konnte denn das jetzt schon wieder passieren? Doch bei den Leveln, die es gibt, wirklich immer alles falsch, was es gibt. Komm, jetzt aber. So, jetzt... Jetzt schaffst du's aber. Äh... 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 So, dann hierhin. Dann so... Äh... 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 Na gut, dann... Machen wir's halt so. Ah, der Sprung, der muss sitzen. Moment. Ja. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse diese Gegner. Ich hasse diese Gegner. Beide zusammen sind... Schrecklich. So. Der ist tot. Und... Oh, oh, oh. Dann springt der wieder hässlich. So. Stirb. So, und jetzt haben wir's geschafft. Punkt. Bam. Nächstes Park geht's weiter. Dann machen wir da ein Bonus-Level. Äh... Oh, das wird dann noch härter. Okay. Danke fürs Ansehen. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Und tschüss. Und... Und... Vielen Dank.